Ah, Freunde, da bin ich wieder mit Benjo und Kazooie. Warte mal, ein Mikrofon ein bisschen richten, so. Oh, Mann, da ich ja in den letzten Parten so übelst erschissen habe hier, hoffe ich, dass ich das besser jetzt diesmal reiße. Bin ich hier? Muss ich nicht... Hä? Wartet mal eben. Äh, 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 jetzt bin ich gerade noch ein bisschen verwirrt. Ah, ja, ja, ach ja, guck mal, wir holen uns erstmal das Puzzleteil, Freunde. Ach, Gottchen, drück mir mal Daumen, wow. Äh, drück mir mal Daumen, dass ich das hier mal ein bisschen besser mache, ey, das war ja scheiße, war das ja, ey. So ein Mist. So, noch die Noten hier. Puzzleteil, wow, Puzzleteil, genau. Yeah. Okay, cool, das Zweite, wa? Das Dritte, sogar. Äh, ja, 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 Zahnschmerzen. Aber sich gold, äh, goldene Zähne reinkloppen lassen. Äh, ja, ja, vergoldete Zähne. Oder hat er sie so lange nicht mehr geputzt? Ach, nee, wartet mal, nee, 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 das machen wir gleich noch. Erstmal möchte ich diesen Piss hier, oh, 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 nee, 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 das wollte ich nicht, Freundchen. Tauch mal wieder auf. Oh, Mann, du mach. Ach, oh, Mann, ey. So, die ganzen Leben hier. Ey, was mach ich? Ey, was für ein Quep mach ich denn hier? Die Kamera, ey, die Kamera macht mir noch einen Strich durch die Rechnung. So, jetzt drücken wir mal hier die Daumen, Freunde. Oh, okay, und nochmal. Ich weiß noch, dass, das... Oh, das ist schon wieder zu weit, Mann, das ist denn das hier eine Pisse? Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit daran hängen, um diesen... Vor allem, es ist nur eine Note, Freunde, es ist nur eine dumme Drecksnote, die ich davon brauche. Oh, Mann, ey. Mann, das ist so kacke. Oh, Mann, oh, Mann. Wow, okay. Freunde, nur noch einmal. Ja, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht, Freunde. Ihr dürft alle klatschen. Oh, Mann, ey. Ist das eine Plackerei gewesen. Diesen Müll, ey. So, jetzt gehen wir mal auf den Hai rauf. Wow, und ich mach schon wieder Mist. Los, los, Kazooie. Gut, 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 gut. Ähm, jetzt machen wir das hier mal. Hier hinten auf die Flosse rauf. Wow, 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 wow. Und, Freunde, das Ding hier ist eine sowas von bescheuerte Sache. Äh, ganz ehrlich, früher hab ich das nie verstanden und ich wusste immer nicht... Äh, ich hab dieses Puzzleteil nie bekommen. Ja, weil ich nicht wusste, wie ich die Tür aufkriege. Äh, ey, ihr wollt so lachen, Freunde. Äh, wartet. Äh, einfach nur gegen gesprungen und hier diese in der Attacke gemacht. Was ist denn das, Mann? Wie soll ich denn da drauf kommen? Ey, ganz ehrlich, ey. Oh, das waren schon Sachen früher, ey. Ähm, ja, okay. Oh, oh, oh. So, sammeln, sammeln, sammeln. Und hier kommt gleich eine Kackwurst wieder raus. Oh, 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 oh. Oh, ich seh nichts. Ah, gut, okay. Hab ich noch bekommen. Ähm, so, jetzt können wir uns da noch hochschießen lassen, wa? Was haben wir, das haben wir, was haben wir denn hier? Sonst, ich glaub, außerhalb Petter oder sonst alles. Cool, cool, Freunde. Dann können wir noch in den ekligen Schrottheil rein. Müllzerkleinerer. Boah. Aber irgendwie ist das so, so... Mann, was soll denn das? Hab ich doch gar nicht gedrückt. Ist ja wahrscheinlich ein Stückchen unter die Flosse gekommen. Wow, okay, gut. Hier, guck mal, hier schimmelt so ein bisschen Fleisch schon durch. Wo, 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 wo. Oh, na, reicht das? Ja, es reicht. So, Freunde. Ah, so, Steuerung ist immer so ein bisschen tricky. Aber das kriegen wir hin. Boah, das wird immer dünner, kann das sein? Oh, Gott, Freunde. Oh, 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 oh. Aber ich hab ja eigentlich ein recht gutes Pet. Also kann ich mich diesmal... Äh... Oh, eigentlich kann das nicht schief gehen. Eigentlich. Ich wieder. So, Mikrofon nochmal kurz gerichtet. Na, ich... Fünf Stück im Hai? Was, so wenigstens hier draußen noch? Naja, Jinjos. Ja, naja, okay. Ach nee, klar. Ja, ja, ja. Ich glaub, das ist alles Hai, der Rest. Cool. So, und zwar helfen wir mal dem Burschen hier bei seiner Zahnschmerzen. Was? Da seht ihr seinen vergeudeten Zahn? Na. Jetzt. Äh... Ja, okay. Wartet mal, wir richten uns mal ein bisschen mehr nach rechts. Komm hoch, Kumpel. Yeah, 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 yeah. Geil, Mann. Ah, auf dieser Seite ist es schon viel besser. Planker hat die Belohnung verschluckt. Ja, komisch. Irgendwie denken sie alle, dass diese Puzzleteile irgendwie was zum Fressen sind. Keine Ahnung. Voll doof. Ja, ja, kann man. Super, danke. Ah, dieser Zahn tut nicht mehr weh. Alles wird wieder gut. Wie ein kleines Baby, ey. Äh, komm ich hier hoch? Oh, kommst du da raus, Kumpel. Brauch mal ein paar Eier wieder. Also, Benjo bohrt ein paar Eier. Ich brauche keine Eier. Hab welche. Hey, Benjo, du bohrst mal ein paar Eier, Alter. Also, wir müssen mal auf jeder Seite rein. Alter, Penner, ja. Auf jeder Seite irgendwie was verschluckt hat. Oh, hier ist es nur... Oh, oh. Okay. Oh, nein. Oh, Gott. War das knapp, Freunde. Ich hab schon mehr Angst gehabt, ey. So, noch die andere Seite. Ey, der Typ, die sieht so übelst bedrohlich aus dabei. Oh, Mann, gehst du da rein? Geht doch. Dabei ist da einer von uns. Yeah, Freunde. Geil. Sechste, wa? Jawohl, Freunde. Ey, man hat schon knippern gehört. Oh, 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 oh. Och, Mann. Ah, ihr Scheißkrabben. Und, und, warum mach ich eigentlich nie diese Attacke hier? Das reicht doch völlig aus. Und, und, Mann. Zum Teufel mit euch. Wo kommst du da hinten, ey? Warst du schon in der Seite? Hab ich gar nicht gesehen. Kurz noch mal die Lehm einsammeln. Die man wieder nicht sieht. Oh, oh, Mann, Freunde. Ist das scheiße, Mann? Nee. Kack drauf. Ah, das gibt ja bei Benjo und Tui so eine richtige Unterwasserwelt. Ey, das kann ja auch was werden, Freunde. Mit dem ganzen Scheißgetauche hier. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, Freunde. 80 Noten? Wow. Und, bam. Gib mir deine Lehm. Perfekt. So, wir gehen weiter. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Scheiß. Komischen Parasiten im Maul. So, jetzt sind wir am Magen, Freunde, übrigens. Naja. Aber irgendwie, dadurch, dass es ein Müllzer kleiner ist, so richtig Müll hier im Magen hat er nicht, war, Freunde? So, erledigen wir mal noch schnell das. Das ist eigentlich ganz cool und recht simpel. Wenn ich das mit der Tauchaktion nicht so ein bisschen verkacke. Noch geht's ja. Wo? Wo? Wo ist das nächste Teil? Ah, da. Wo? Ach, shit, was mach ich, Freunde? Ja, ja, ja. Ich hab schon verkackt, oder? Oh, nee, das schaff ich noch. Kommt, das schaff ich noch. Na, klar, das schaff ich. Ja, 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 rechts. Oh, 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 oh. Schön, die Kamera wieder. Ah, das war's, da ist das letzte. Ach, das schaff ich. Wenn er sich ein wenig mehr beeilen würde. Oh, an der letzten Sekunde, Freunde. Ich mach's ja spannend, wa? Gut. Oh, guck mal da, wieder eine goldene Feder, Freunde. Oh, und da sind wieder ein paar Noten. Und das ist auch noch mal eine goldene Feder. Die schnappen wir uns auch noch. Ey, die können wir wirklich ganz, echt ganz gut geborgen. Na. Springst du da mal hoch? Woo. Und hier auch noch? Tatsächlich. Da ist eine Flugplatte, Freunde. Cool. Was? Und hier? Ach, die haben wir ja eine sammelt. Da holen wir uns erst mal... Ne, wir holen uns erst mal... Die Noten. Hier müsste doch noch, glaub ich, irgendwo ein Jinjo gleich sein. Ich glaub, der letzte. Leben brauchen wir ja nicht. Äh, genau. Hier. Runter mit mir. Da ist der letzte Jinjo. Ich hoffe, dass es der letzte ist. Oh, oh, oh. Ma. Ja. Was zum Teufel. Äh. Oh. Freunde. Das ist so... Jawohl. Ich bin zu weit drüber. Es ist ein Scheiß, Freunde. Ganz ehrlich. Oh, Mann. Da geht's nur raus. Das sind die Kiemen übrigens, Freunde. Da könnten wir raus. Oh, da ist eine Note. Das ist ja auch gemein. Schön hier hinter versteckt. So. Und da unten sind auch nochmal Noten, Freunde. Wo? Okay. Wo? Nach... Ah, gut. So. Oh, nicht raus, nicht raus. Wir wollen hier weiter noch drinnen sein. 88 sind die letzten zwölf hier auch noch drinnen? Ja, ich glaub schon. So. Okay. Cool. Hätten wir das eigentlich auch schon so weit erledigt? Mann. Oh. Hä? Reicht das nicht? Doch. Das reicht nicht. Zum Teufel. Gezahn. Das ist doof, ey. Gut, wir müssen eh zur Fluchtplatte. Das bringt uns sowieso nichts. Weil wir da hoch müssen. Ja. Und hier finden wir auch unseren letzten Move. Im Magen. Oder naja. Im Körper von ihn hier. Jees. Der Morf. Eklig, Freunde, ey. Der Grieb, dass ich ihm erstmal schnieke durch den Magen von... von Clanker. Na ja. Sowas nennt man doch auch Parasiten, oder? Hm. Ja, okay. Yeah. Zehn Federn. Ist doch irgendwie geil. Wir kriegen schon Federn, obwohl das eigentlich der neue Move jetzt gleich ist. Na ja. Mit diesen Move schützen sich Kazuhi's Flügel wie ein Schutzschild. Schön. Cool. Macht mich das unverwundbar? Nee. Na klar. Halte den. Bla bla bla. Bla bla bla. Den Z-Träger und nach rechts. Mann. Alter. Quatsch du nicht so viel. Ja. Das kostet nämlich diese goldenen Federn, die wir jetzt halt einsammeln. Ist schon klar. Für irgendwas müssen die ja da sein. Ach. Es gab ja nur eben Move. So, Freunde. Und durch hier. Wow. Mein Gott. Okay. Und noch ein Puzzleteil. Und wieder zurück hier. Das ist die übelste Maschine hier, ey. So, ich glaube, hier gibt es aber nochmal von so ein... Gibt es irgendwie nochmal so ein Teil. Jetzt habe ich gerade nicht geguckt. Äh, welches Puzzleteil? Ähm. Huch. Also, uns fehlen sechs Noten. Ein Puzzleteil. Genau, das ist... Oh, was? Uns fehlen alle Honigwarmen noch. Zwei Stück. Oh, Mann. Wartet mal. Was zum Teufel? Blöderweise weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo die sind. Äh, noch eine andere Sache, was ich gucken wollte. Ich meine, da lang ging es. Wo ist denn der andere Milzer-Kleiner? Kam ich da, glaube ich, nur von draußen rein, oder was? Hm. Das werden wir ja gleich sehen. Mann. Oh, Gott. Diese Stelle hier ist so blöd. Ei, kommst du nicht... Ei, kommst du nur rein. Ist auch doof. Na gut. Gehen wir mal über die Kiemen raus. Wo waren denn nochmal die ganzen Honigwarmen? Die leeren Honigwarmen? War da vielleicht doch einer unten? Umfuss noch unten hier so eine Honigwarme ganz unten? Tocht, glaube ich, noch... Oh, oh, oh. Okay. Nicht wieder rein. Vielleicht hier unten? Eh, ne? In diesen Röhren. Ach, ich glaube doch. Da in der Röhre vielleicht? Hier war es nicht. Ja, da ist er. Ich habe es schon gesehen, Freunde. Wow. Ne, shit. Das sind ja bloß... Das habe ich doch. Hier war nichts weiter. Äh. Habe ich echt noch keine Honigware? Ich wage mich aber zu erinnern, wo noch eine wäre. Und wir müssen eigentlich nochmal in Klanka rein. Ach, Mensch, 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 Mensch. Naja, das kriegen wir auch noch raus, Freunde. Wäre doch gelacht. Und zwar... Und zwar... Das haben wir erledigt. Das hatten wir. Und nochmal kurz hier rüber. Meiner Meinung nach war hier doch noch was. Ach, ich weiß wieder... Oh, sorry, Freunde. Genau, eine Honigware. Übelst böse versteckt. Oh, so. Hier. Ah, toll. Jo, sammelst du mal bitte ein. Ja, was zum Teufel macht er? Ey, das ist zum Kotzen hier. Die Steuerung unter Wasser. Mann, ey. Okay, cool. Eine haben wir davon. Und es zählt auch noch ein Puzzle. Und ich bin der Meinung, ich weiß eigentlich, welches es ist. So, wir gehen nochmal hier rauf. Hui. Okay. Wo? Ne, ich wollte diesmal nämlich nicht hier runter. Genau. Nein! Mann! Hier drüben wollte ich noch rüber. Ah, da waren wir ja auch eigentlich schon. Ganz da drüben. Von der Flosse aus. Ah, ist egal. Nochmal. Mann. Komm, hoch. Schneller. Schneller, du blöde Flosse. So. Oh. Nein! Wie doof war das jetzt eben? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. So. Springen wir mal. Und drauf hier. Ich frage mich zu erinnern. Nein! Ne. Oh, Glück gehabt. Das hier nämlich auch noch irgendwie. Oh, oh, oh. Gut. Das hier nämlich irgendwie noch eine Honigwabe drin war. Ja, ey, genau. Ich bin gut, Freunde. Und das letzte Puzzleteil war, wie gesagt, meiner Meinung nach, in Klanka nochmal drin. Wieso kann ich mich nicht mehr erinnern, wo? Schnauze waren wir schon drin, ne? Und da waren auch die letzten Noten drin, meiner Meinung nach. Hier kommst du doch nur eh in den einen Raum rein, oder? Ah, ne. Hier war das andere. Und hier war auch der Hexenscheiter. Also. Ich dachte, mich richtig noch erinnert. Mann. Iiiiih. Voll Stielaugen. Ist ja mal eklig. Also eigentlich bräuchte es hier nicht, aber. Wow. Ach. Warum nicht? So haben wir das schon. Ja, Freunde. Wie geil. Wir haben alle Noten und wir haben alle Puzzleteile. Das heißt auf Deutsch, Freunde. Wir können diese Welt wieder verlassen. Yeah. Bäh. Ekle Energy. Scheiße. Ist das geil, Freunde. Und auch alle Honigwarmen. Ach, ist ja herrlich, Freunde. Also raus. Äh. Das wollte ich jetzt gar nicht. Aber ist nicht so schlimm. Okay. Und. Eingesammelt. Und abgetaucht. Oh. Ne. Ich brauche ja gar nicht abtauchen, oder? Doch. Brauche ich. Los. Coole Sache, Freunde. Nächste Karte. Was haben die nächste nochmal? Ach. Das war. Wo ich schon vorhin war. Die Sumpfwelt. Yeah. Ne. Wir müssen ja Richtung Gesicht. Genau. Da unten geht es raus. Ah. Die Sumpfwelt war auch nochmal so ein bisschen tricky. Ähm. Benjon Kazooie. Ciao. Oh. 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 Vielen Dank.